Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin MonkeyDrawi und ich bin unterwegs im Projekt Babylon. Diesmal bin ich unterwegs mit dem Grenadier, dem leichten Panzer. Wir spielen wieder die Stufe Normal. Da kann man im Normalfall auch meistens ein bisschen sich verdienen. Der Grenadier ist ein relativ lustiger Panzer. Oh, hier habe ich beide klar verschossen. Ja, Nachladezeit ist halt auch ewig und drei Tage gefühlt. Ihr wollt schon immer zum Magnus fahren, obwohl mittlerweile in dem Status, wo dieses Video entstanden, also wo ich in die Runde gefahren bin, wüssten, wüssten, dass das nicht reichen wird. Wieder verschossen. Und man hat gerade gesehen, ja gut, Gegner eigentlich, wenn man gut trifft, auch bei One-Shotten. Heben 100 Strukturpunkte, mit einem mal weg. Komm, vielleicht noch was zu einem machen. Da ist schon angekratzt, der war verschossen. Und da haben wir die erste Phase überstanden. Auf geht's zur zweiten. So, hier waren sie nicht ganz einschwohls hinfahren wollen. Jetzt haben sie drei angepingt. Großteil hat sich in den T9 zu fahren. So, CS44. 640. 640. Und, 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 und. und die Welt oben weg so weit genug starbischen Weg die und damit jetzt den Wächterordnuss getroffen also der tut auch den CS mit einem Schuss weg machen und ganz witzig aber wie gesagt der Panzer funktioniert eigentlich nur auf Normalstufe generell die Lights würde ich nur auf Normal spielen und dann kommen wir schon mal zu Magnus fahren raus mit den Viechern naja, wo man Eagle findet ist auch nicht so toll naja, wir haben es überlebt Phase 3 erreicht alle drehen sie um außer einer der fährt weiter drauf zu das ist auch mal so sinnlos raus mit den Viechern und auch den P44 die kann man schon 900 Kurpumpen mit einem weg raus mit den Viechern einfach müssen wir es halt ordentlich treffen raus mit den Viechern raus mit den Viechern weg auf höchsten Sophia schwe 나 aus ja oh warum über du das auch die ein bereich mitnehmen hier hier wieder ist das schöne die Der Verderber 943 abgezogen Wieder verschossen Und jetzt hätte es eigentlich noch Magnus erreichen Phase 4 spielen Und den Endpost besiegen Umzirkelen Ganz gerne mal die Schüsse Aber wir haben auch diese Runde überlebt Auf geht's den Endpost zu besiegen Machen wir das mal auf Bei dem klappt es aus der Fahrt Einmal 313 zu machen Der zweite war noch 29 29 War 6 War 37 Ach ne 31 dazu Deswegen war 37 Ein Schuss trifft gut Der zweite trifft Ja Nicht so gut Aber dafür macht der Macht der immer Schaden 776 Das hat für mich sehr geschmeckt Aber wieder der zweite Schuss 29 Und da ist er das erste Mal besiegt So und da ist er wieder 819 Raus mit die Viecher Wir haben einen von uns verloren Es gibt vier von euch jetzt Raus mit die Viecher Raus mit die Viecher Einfach Skorpion rausgenommen Dann haben wir auch den anderen Fanattypen wechselt Dann machen wir überhaupt kein Schaden mehr Dann müssen wir dann schon In Zentrum treffen Von jedem Punkt Ah jetzt haben wir ihn weggezählt Aber da ist er bis sieg Und dann schauen wir uns noch das Gesamtergebnis an Mit den Grenadty haben wir wieder einen Sieg gemacht Wieder 45.000 Credits gewonnen Wir haben 16.715 Schaden gemacht Da sind wir genau mittendrin Von der Platzierung vom Schaden 19 Kills Wir haben 59 Mal geschossen 42 Mal getroffen 8 Mal penetriert Das ist mit den HE Was er schießt Halt Schwer zu penetrieren Dafür haben wir aber meistens Flächenschaden 27 Mal insgesamt 150 Schaden haben wir abgewährt Aber dafür haben wir auch noch 1838 Unterstützung Schaden gemacht Wenn euch diese Runde gefallen hat Dann lasst bitte ein Like da Über einen Kommentar Wollt euch auch freuen Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Gefecht Wir sehen uns beim nächsten Gefecht Vielen Dank.